Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem erneuten Adventskalender. Unboxing bzw. Boxing, denn haha, es ist ein DIY Adventskalender und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Heute geht es um den Catrice DIY Kalender, den man selbst zusammenbauen soll. Und damit habe ich tatsächlich eigentlich immer recht zwiespältige Erfahrungen gemacht. Ich bin gespannt, was hier aber dran sein wird und ich würde vorschlagen, wir starten. Zuallererst, dieses Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Catrice, ganz, 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 ganz wichtig. Ich habe mir den Kalender sogar selber gekauft, einfach um den Content für euch zu machen. Ich glaube aber, dass der genauso wie der Essence DIY Kalender auch schon ziemlich in die richtige Richtung geht. Denn das Schöne bei DIY Kalendern ist, man kann sie natürlich selber machen, entweder für sich, man spart einfach eine Menge Geld, wenn da Produkte drin sind, die einen interessieren, oder man verschenkt ihn und hat nochmal dieses Weihnachtliche. Machst du dir ein paar Kekse auf den Teller und eine schöne Duftkerze an und dann packst du dir einen Adventskalender und dann hast du eine Fantasy. Finde ich persönlich super. Der Kalender kostet 39,99. Man findet ihn tatsächlich auch sogar aktuell in einigen Drogeriemärkten neben dem Essence Kalender. Und 24 Produkte sollen drin sein und ich bin sehr gespannt. Zuallererst haben wir hier einmal die Sticker, mit denen ihr die Produkte, die Tüten, nicht die Produkte, die Tüten bekleben könnt. Sehen ganz süß aus, auch bei Essence waren die sehr, sehr süß. Und dann haben wir hier die Tüten. Gibt es in Grün und in Pink, glaube ich, so dass man da auch noch ein bisschen Abwechslung drin hat. Tüten sehen gar nicht schlecht aus. Der Karton selber, den brauchst du dann am Ende nicht mehr. Da stehen auch schon alle Produkte drauf. Ich habe sie auch schon gesehen. Ich zeige euch aber natürlich, was da mit drin ist. Und erzähle euch so ein bisschen das Prinzip dahinter. Bei einigen Adventskalendern ist es so, dass viele Marken Produkte mit reinbringen, die sich im Laufe des Jahres oder vor vielen Jahren nicht gut verkauft haben. Hier auf den ersten Blick sehe ich davon jetzt nicht ein einziges, weil das alles Produkte sind, die recht neu sind und ziemlich spannend sind. Wir starten mal mit ein paar Nagellacken. Da sind tatsächlich ein paar mit drin. Eins, zwei, vier. Wir haben fünf Nagellacke. Allerdings, also ich persönlich bin kein Nagellackfreund, bin ich ehrlich. Ich trage kein Nagellack. Ich finde es aber nicht so schlimm, weil das jetzt alles Nagellacke sind, die recht tragbar sind. Oft sind es ja dann auch, weiß nicht, so ein Pipi Gelb oder so. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier einmal einen, der so ein bisschen in die Kupferrichtung geht. Der hat auch so ein bisschen Struktur mit drin. Dann einen sehr fliederfarbenen, so einen leicht pinkigen Ton. Den finde ich persönlich super schön. Das ist die Nummer 94. Der gibt so einen leichten Apricot-Touch. Und dann haben wir noch einen nudigen Ton, der so einen leichten Perlmutschimmer hat. Shine Lavenderous. Und zu guter Letzt den Powerful Red Nagellack. Das ist jetzt natürlich auf den ersten Eindruck recht viel Nagellack. Bin ich auch der Meinung, aber wir wissen, wie es funktioniert. Es muss die Waage sein in dem Kalender. Und klar, wenn du vom ersten bis zum fünften nur ein Nagellack mit rein machst, dann ist der Frust natürlich größer, als wenn du alle drei Tage mal ein Nagellack mit drin hast. Oder alle vier Tage. Oder alle fünf Tage. Gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir starten tatsächlich mit Skincare. Und da haben wir hier den Pore SOS Spot Treatment. Der ist, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr, nee, dieses Jahr im Frühjahr sogar erst ins Sortiment gekommen. Das ist eine zweiprozentige BHA-Solution. Die packst du dir auf den Pickel und die ist richtig, richtig krass. Ich habe den tatsächlich auch neulich hier, seht ihr noch, ne? Der war vor drei Tagen, war der riesen, riesengroß. Und dann bin ich mit dem und meinem Espaar darauf gegangen. Und jetzt ist er schon wesentlich besser. Aber das ist immer wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ein bisschen Skincare hatten wir tatsächlich in Beauty-Kalendern selber so auch noch nicht. Falls ihr es nicht wisst, ihr könnt natürlich den Adventskalender-Inhalt aller Adventskalender, die ich dieses Jahr auspacke, gewinnen. Ich werde vielleicht 10, 20 Pakete packen und dann 10 bis 20 Leuten von euch die Produkte zuschicken. Weil so viel, das brauche ich alles nicht. Und ich weiß, ihr freut euch darüber. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist diesen Emoji einmal in die Kommentare schreiben. Wir haben einen Primer und den mag ich tatsächlich super gerne. Der liegt hier auch immer. Das ist der One-Step-Skin-Perfekter. Der hat Pflege mit drin. Eine ganz, 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 ganz leichte Farbe. Also nicht so richtig wie so eine BB-Cream, sondern nur so einen Hauch, um die Farbe des Gesichtes so ein bisschen auszugleichen. Falls man zu Rötungen neigt oder so ein paar Unebenheiten hat. Der hat einen Lichtschutzfaktor von 20 mit drin. Und der kostet ja auch schon 5 Euro. Ich probiere jetzt auch mal einmal so ein bisschen durchzurechnen. Das sind 5 Euro. Das sind auch 5 Euro. Das Pore, den kostet, glaube ich, 3 oder 4. Sind 14 und jeder Nagellack, sagen wir mal 1 Euro, weiß ich nicht. Sind schon, wir sind jetzt schon bei 20 Euro. Grob gerechnet, ne? Ich bin jetzt nicht die matte Maus. Aber als hättet ihr das noch nicht gewusst. Okay, Freunde. Wir haben ein Lippenprodukt. Und das sind die Ultimate Stay Waterfresh Lip Tints. Die sind tatsächlich ganz spannend, weil die, ich mache die jetzt mal nicht auf. Das sind so, du machst die auf die Lippe rauf und dann hast du so einen Hauch Farbe. Und die Lippe wird ganz, ganz glatt und weich. Und die sind als Blush tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man keine Foundation trägt. Also wenn du so einen No-Make-up-Make-up-Look haben möchtest und einfach nur so ein bisschen Farbe auf die Wangen bringen möchtest, sind diese Lip Tints extrem gut. Die färben nicht unbedingt die Lippe ein. Vielleicht so ein ganz, 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 ganz leichtes Stück. Sie legen sich aber nur wie so einen Hauch auf die Lippen. Und die sind sehr, sehr gut. Gerade wenn man jetzt wieder ein bisschen Maske tragen soll, sind die gar nicht schlecht. Einfach für so ein schönes Gefühl auf den Lippen. Wir haben eine Camouflage-Cream. Ihr kennt meine Meinung zu farblichen Produkten, die die Base betreffen. Der ist jetzt in der Farbe 010 Ivory. Ist natürlich sehr, sehr hell und nicht ganz so inclusive. Aber was man damit sehr, sehr gut machen kann, ist eine Lidschatten-Base zu machen. Ich mag ihn tatsächlich auch als Concealer nicht so gerne. Als Lidschatten-Base funktioniert er aber mit Sicherheit für viele von euch. Und ja, ist okay. Und, und, na, stopp. Ich muss dazu sagen, hier siehst du von außen auch schon, was mit drin ist. Deswegen zum Verschenken, wenn du weißt, deine Freundin hat eine recht helle Hautfarbe, dann ist das, glaube ich, okay. Wenn du weißt, es wird eh nicht passen, dann ist das, glaube ich, okay. Wir haben ein meiner liebsten Produkte von Catrice aus dem Lippenbereich. Und das ist der Liquid Lip Barn. Das ist ein Powerful Five Lippenprodukt. Das ist ein bisschen ähnlich wie die von Fenty, so vom Finish her. Die geben euch so einen leichten Glitzereffekt auf die Lippen. Ist wie ein Lippenöl, Tatsache. Mit Goji-Beeren, mit Grün-Tee, mit Sheer-Butter, Vitamin E und Hyaluron. Ich liebe die. Also die sind im Winter immer sehr, sehr beliebt. Und das ist auch eine schöne Farbe. Made in Luxemburg sogar. Wir haben ein Ultimate Stay Water Fresh Lip Tint in einem bisschen dunkleren Ton. Also ihr seht das, das sind unterschiedliche Farben. Und die sind aber dann nicht, also, ne, ich habe jetzt natürlich eine echt krasse Lippe heute. Aber das ist so ein Produkt, ich liebe die. Und ich glaube, die sind so ein bisschen unterschätzt. Wir kommen mal zu einem Highlight, Freunde. Und als ich das gesehen habe, ist mir fast die Hose runtergerutscht. Als ich das gehört habe, habe ich mich sehr gefreut. Das ist eine Five in a Box Eyeshadow. Paletten sind einfach phänomenal. Das ist die Modern Smoky Look Palette. Die sind, ich hatte mal ein Video gemacht, vielleicht verlinke ich es euch nochmal, wenn ich es wieder finde. Besser als Natasha Denona. Die sind von der Formulierung so krass. Und das ist eine sehr, sehr gute Palette. Ich erinnere mich noch, als sie rausgekommen sind. Da waren die so schnell ausverkauft. Liebe ich, liebe ich, liebe ich. Dann haben wir ein Brow Comp Pro Micropen. Das ist so ein Produkt, wenn man damit umgehen kann, damit kann man sich so kleine Härchen durch die Augenbrauen malen. Ist okay. Das war mal so eine Trend-Tatsache. Manche benutzen den tatsächlich gerne. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist durch den Bart gehen. Wenn ihr die richtige Farbe dafür habt, für euch, für einen Freund, für einen Vater, könnt ihr damit so kleine Lücken, so kahne Stellen im Bart korrigieren. Wenn ihr keinen Bart habt, könnt ihr natürlich auch oft den Augen benutzen. Aber das ist okay. Dann haben wir einen Lash Separator. Und das ist tatsächlich etwas, was mir viele von euch neulich schon mal empfohlen haben, weil ich euch gefragt habe, was man machen kann nach einem Lash Lift. Also wenn man die Wimpern so ein bisschen permanent nach oben gebogen bekommt, mit so einer Lösung, dass sie dann am Ende, wenn es wieder weg geht, so ein bisschen kreuz und quer sind. Und ihr habt mir da ein Lash Comp empfohlen. Also ein Comp für die Wimpern. Funktioniert auch sehr, 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 sehr gut mit Fake Lashes. Coole Sache. Okay. Wir haben einfach noch eine Lidschattenpalette. Und zwar ist das die Vintage Soul Palette. Die sieht aus, als hätte ich sie heute benutzt. Kleine Look Inspiration. Krasse Palette. Die kannte ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Lost in Fairytales. Ich weiß nicht, ob ich die kenne. Ich glaube, die habe ich noch nie gesehen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Palette. Perfekt für Weihnachten, ne? Mit so etwas dunkleren, düstereren, lila, flieder und roten Tönen. Und dann habt ihr aber auch hier noch so gespeckte Shimmer Shades. Coole Palette. Die kostet 9,99 Euro. Wir haben einen Nagelhärter. Den liebe ich. Ich liebe... Nagelhärter ist etwas, was ich tatsächlich sogar selber benutze. Ist okay. Ich würde ihn jetzt mal mit zu der Kategorie Nagellack zählen. Ganz kurz. Habt ihr euch eigentlich schon für einen Adventskalender entschieden? Dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welcher Kalender für euch am interessantesten ist bis jetzt. Habt ihr schon Favoriten? Gibt es noch einen, den ich unbedingt testen soll? Dann schreibt mir das auf jeden Fall gerne einmal in die Kommentare. Wir haben noch einen Monolidschatten und das ist die Farbe Chocolate Cake by the Ocean. Das ist ein sehr kühler, schimmernder Braunton. Kann man entweder als Highlighter benutzen oder aber auch als Lidschatten. Ich mag die Monolidschatten tatsache sehr, 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 sehr gerne, weil sie einfach sehr unkompliziert sind. Das ist so ein Sammelding, glaube ich. Wir sind noch nicht durch, Freunde. Wir haben einen Eyeliner aus der Sensitive Eyes Reihe. Das finde ich natürlich auch sehr gut. In der Farbe Ultra Black. Sieht einmal so aus. Ich mache ihn jetzt auch nicht auf, aber der... Doch, ich komme nicht. Ne, mache ich nicht auf. Der ist zugeklebt. Das ist ein Eyeliner. Falls ihr sehr empfindliche Augen habt und ihr zu tränenden Augen neigt, aber trotzdem gerne einen Eyeliner tragen wollt, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Der ist Long Lasting und Smudge Proof und augenärztlich getestet für sensible Augen- und Kontaktlinsenträger. Also das ist ein spannendes Produkt. Wir haben noch einen Ultimate Stay Lip Tint und diesmal auch wieder hier in einer anderen Farbe. Also wir haben hier drei verschiedene Farben und... Klingt jetzt doof, ne? Aber die sind wirklich ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach, weil die halt so... Effortless, so... Machst du einfach rauf und musst dir den ganzen Tag keine Gedanken mehr machen, weil die halt die Lippe einfach nur so einen Hauch geben und als Blushes sowieso sehr gut sind. Wir haben gleich noch, Freunde, eine extrem krasse Lidschattenpalette. Vorher haben wir hier aber noch das Hydro Supercharged Serum. 1% Triple Hyaluronsäure und 5% Niacinamide. Das ist auch wieder ein Skincare-Produkt. Funktioniert aber sehr, 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 sehr gut als Primer, finde ich. Denn der gibt eurer Haut so ein leicht sticky Feeling. Und ihr könnt damit direkt mit Foundation einfach rübergehen. Mag ich tatsache sehr gerne. Liegt auch hier bei mir im Tisch. Wir haben noch einen Primer. Und das ist der Love Skin and Respect Earth Hydro Primer. Auch hier ein Primer, den alle benutzen können. Das finde ich immer ganz spannend, weil manchmal sind ja dann so super... Super-Pore-Blurring, super-oily-Skin-Primer mit drin. Feuchtigkeit brauchen wir alle und der ist auch vegan. Tu dir und deiner Umwelt gutes Finsternstund-Feuchtigkeitsspendegrundierung mit pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Bio-Kirsch, Aloe Vera, ohne PEG, Parabene, Mikroplastik. Flasche entsteht aus 42% recyceltem Plastik und ist 100% aus Ökostrom betrieben. Guter Primer, auch den mag ich tatsache sehr, sehr gerne. Und auch hier habt ihr Auswahl. Ein weiteres Produkt ist der Volume Extreme Lip Barn. Der hat jetzt keine richtige Farbe, sondern ist eher nur so wie so ein Lippenpflegeprodukt. Die sind aber, wenn ihr diesen bitzligen Effekt magt, sind diese Volumizing Extreme Dinger extrem gut und die sind extrem beliebt. Also ich habe das noch nie selber gekauft, weil ich das persönlich nicht so mag, wenn es so bitzelt. Ich habe auch gerade einen Lipgloss drauf und ist nicht so mein Vibe. Aber Hot Chili Extract, also das macht schon einen Unterschied auf den Lippen. Und zu guter Letzt, Freunde, und jetzt haltet euch bitte fest, einfach diese Palette, die Nude Daring Palette in Full Size. Wie schön sind bitte diese Farben. Die sind alle so ein bisschen in die Rosé-Richtung und wir haben auch hier diese verschiedenen Texturen und verschiedenen Farben extrem gut, die Palette. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Einige von euch kennen die Palette auch. Das ist ein Dupe zu Huda Beauty, kann man so sagen. Die ist aber sehr, sehr gut und vor allen Dingen für den Preis, wie sie sonst kostet. Die großen Paletten von Catrice, wie auch meine eigene, kosten alle 14,99 Euro. Vom Warenwert sind wir hier weit davon entfernt von 39 Euro. Ich denke mal, also 80 Euro sind es bestimmt. Wenn man das alles einzeln kaufen würde, sind wir locker bei 80 Euro. Das muss ich sagen, ist ganz gut. Klar, wir haben ein paar Nagellacke. Man kann aber, wenn man, den kann man ja dann persönlich auch austauschen, wenn man sagt, man verschenkt nicht gerne Nagellacke, dann passt da noch, weiß ich nicht, was von dir mit rein, Lippenstift und Zopfgummi oder so. Und dann kann man auch mal so ein bisschen Abwechslung mit reinkriegen. Und so Nagellack kann man ja auch immer sehr, sehr gut verschenken. Ich bin super gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt. Hier muss ich sagen, wir haben eine Vielzahl an verschiedenen Produkten. Wir haben extrem viele Lidschatten, was wir sonst in noch keinem Adventskalender drin hatten. Und das muss ich sagen, finde ich gut. Wir haben neuere Produkte, keine ururalten Produkte, die es seit Jahren schon nicht mehr im Standardsortiment gibt. Und dafür gibt es auf jeden Fall neun Punkte. Freunde, am Mittwoch sehen wir uns zu einem regulären Video wieder hier. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!